Hi, ich bin Kip und ich möchte euch über ein paar Veränderungen auf diesem Kanal informieren. Zuerst, es wird hier nur noch Let's Play Videos und Gameplay Videos geben. Sprich, meine Wenigkeit wird Science Fiction Spiele und Action Spiele spielen, sowie Nintendo und hauptsächlich Splatoon Spiele spielen. Und mein pelziger Kollege hier, ja, hallo und herzlich willkommen. Euer Lieblingsredpanda ist auch wieder am Start. Mensch Kip, du hast hier aber ein schickes Raumschiff, ja, oder ist das eine Raumstation? Ja, meine Wenigkeit wird mit euch Horror- und Fantasy-Spiele spielen, ja. Also da dürft ihr mal gespannt sein und sehen, wie sich der armere Panda mal wieder in den Pelz macht und alle über ihn lachen. Aber wir sind guter Dinge, nicht wahr Kip? Ja, gut, du beamst dich jetzt mal wieder auf deinem Planeten und lässt mir hier mal das sagen, ja. Also, wir wünschen euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei diesem toll auf eurem Lieblingskanal, bei eurem Lieblingsredpanda natürlich. Und, ja, wer vielleicht auch in Zukunft Science Fiction Hintergrundwissen weiter hingucken möchte, der darf Kip's neuen Kanal, Kip's Laboratory abonnieren und auch noch gleich auf seinen Blog reinschauen. Die Links sind in der Videobeschreibung. Bis dann, macht's gut und... Ja, sag noch was. Tschüss.